so liebe leute und herzlich willkommen hier zurück ich glaube das dritte kapitel läuft jetzt hier dem ende entgegen wir haben hier tolle sachen und abenteuer schon erlebt ich weiß nur nicht was es uns nützt was haben wir betrachtet den apparat noch mal ein wirklich schönes stück technik natürlich wurde es in der gnomengemeinschaft begeistert aufgenommen schließlich macht es pracht aber ich würde mir wünschen dass es auch mal andere töne von sich gibt was war das das war doch so ein hohen geräusch ich höre nix hörst du was ich höre auf jeden fall nichts so können wir hier mit dem seil was machen warte mal ich versuche mal da kann man sich fest bin da kann man sich fest bin aber an der schatzruhe kann man das machen da komme ich nicht dran was ist denn hier jetzt das würde uns nicht weiter bringen und ich könnten trotzdem nicht gemeinsam auf die andere seite kommen ich habe ein plan ich habe klar das drüber und dann verstecken wir uns im fass so jetzt hier schau mal wo was ich gefunden habe deckel kabel mal ins fass ich habe eine idee die idee hatte ich zuerst bist du sicher dass das sicher ist nicht wirklich aber es funktioniert nie wieder immerhin sind wir jetzt beide auf dieser seite ja und wir müssen noch irgendwas hier schaffen so das ist zu hoch kommt dann quatsch mal jemand oder sie nicht helfen lässt am besten spreche ich sie nicht an das überlegt sie es sich vielleicht noch seil sei mit ruhe da komme ich nicht dran dann gibt mal sei in die hände von evo bitteschön danke so und damit jetzt nichts mehr haben wechseln wir mal auf die wobei die hat jetzt wenigstens noch ein seil so wie wo ich hin du kannst doch das sei jetzt hier dran bin richtig richtig ich finde das seil an den hänkel und das andere seil sprich mit wilbur keine zeit für einen plausch dann so ziehe die schatzruhe mit dem sei interesse wie das ist uns versuchen ja aber ich doch sagen okay ich wollte schon bei uns hornblasen die sau gibt's doch nicht was ist los scheint als hätten wir da mit unserem großen freund einen gefallen getan ein alter pickel rausgedrückt oder endlich gearbeitete truhe sieht ziemlich stabil aus öffnen wird sich nicht einfach so öffnen lassen wir müssen sie aufbrechen vielleicht können wir sie einfrieren und einführen es muss eben nicht immer alles kompliziert sein aber meistens was hast du da jetzt ich bekomm es nicht auf sieht nach einem komplizierten schloss aus ich schlage vor dass wir captain bonnet fragen vielleicht kann er das ding knacken bestimmt sogar aber dafür müssen wir erstmal hier raus du dann durchsuchen noch mal die kiste ist noch etwas in der kiste das brauchen wir so einem ding kann man die stimme lauter erscheinen lassen dabei sind die meisten sterblichen wesen schon ohne so ein ding unerträglich laut wird dann im flüstertüte das ist eine flüstertüte so ein ding hat man doch hier eben schon kommt benutze komm und nur an wilbur geben hernimm danke bitte so damit hat die wo wir nix und wir gehen weiter und nehmen die flüstertüte hauen die noch mal auf das horn drauf die super verstärkung jetzt wussten wir mal aber irgendeiner muss doch hier noch das ding mit einsacken oder nicht oder auch nicht also gut dann bladen wir doch ins horn und tue ich mal was passiert was tust du eigentlich immer vielleicht kann ich mit dem monster kontakt aufnehmen das wird doch nie etwas wir sind von tonnen fleisch und fett umgeben ja aber der schall des horns wird verstärkt und noch mal verstärkt und am ende ist der etwa tausend mal so stark physikalischer humbug ein bisschen stimmt das war ja klar ich muss etwas schlechtes gegessen haben hast du das gehört es kann sprechen hallo wer spricht da na gott wilbur mein name ich bin abenteuer in zwei abenteurer und in deinem magen gefangen ja ich bin laut lässt du uns raus nein so häufig bekomme ich nichts zu lassen das ist ja Mist jetzt hier aber an uns ist überhaupt nichts dran Ivo ist ein Strich in der Landschaft und ich wiebe auch keine 40 Kilo das war jetzt gar nichts komm schon wir haben dich von dieser Kiste befreit was für eine Kiste die Kiste die dieses Loch in der Wand verstopft hatte ich weiß nicht was sie getan hat aber mir geht es so gut wie lange nicht ich danke euch hm willst du uns also gehen na gut aber könnt ihr vielleicht ein paar Schiffe herlappen oder den einen oder anderen wahl na klar ähm mal schauen wiedersehen ich fand das Monster nett vielleicht könnten wir wirklich das eine oder andere Schiff äh du bist manchmal seltsam aber wenn wir äh oh nö musst du denn das sein aber Captain Nate Verräter hast du die ganze Zeit mit ihnen zusammengearbeitet oh nein meine Liebe ich weiß nur zufällig welche Knöpfe man bei jemandem wie unserem Freund Nate drücken muss was hat er dir versprochen Bild unser aller Leben meins im besonderen und den Schatz alles bis auf eine Sache die er sich aussuchen will das kann ich mir vorstellen Wilbur du gibst das Artefakt des Schicksals nicht her verstanden verstanden das das Artefakt des Schicksals unbegrenzte Macht Kompromisse ihn in ein Hasen ich ich bin ein mächtiger Kampfmagier aber sicher bist du das Nate das kannst du nicht zulassen er wird sich um seine Angelegenheiten kümmern das hättest du auch tun sollen Bring das Artefakt in Sicherheit ich bin ein paar Jahre alt Lauf nein NATE 만든 und Wild jetzt sind wir voll mit der Salamiparty unterwegs das gibt's doch nicht Mann, Mann, Mann. Na gut. Bleibt uns halt nicht anderes übrig. Kapitel 4. Die wilden Lande. Bin ich mal gespannt. Hier ist auch ein anderes Ladebildschirm. Ein anderer Ladebildschirm. Was soll das darstellen? Oh. Der zwinkert. Wie konntest du das nur tun? Ich hab euch den Hals gerettet. Naja, dir zumindest. Du hast den Hexer befreit, nur weil du einen Schatz wolltest. Glaubst du ernsthaft, ich habe Munkus auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er uns einen Schatz gibt? Ich habe einen Deal mit Munkus gemacht, weil es die einzige kleine Chance war, heil aus der Sache herauszukommen. Verstehst du das nicht? Sie hätten uns verfolgt und das Leben zur Hölle gemacht. Und früher oder später wären wir ihnen in die Hände gefallen. Kein Schatz ist das wert. Glaubst du, irgendjemand hätte noch ein ruhiges Leben, wenn Mordroga das in die Hände fällt? Ich wusste doch nicht. Hey. Hey, Kleiner. Wo willst du hin? Schön. Lauf weg. Und nächstes Mal sag mir einfach gleich, worum es... Wilbur! Man fängt ja super an hier. Er wacht auf. Baa. Was ist das denn? Ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Wir sind Zombies. Du siehst eher aus wie ein Geist. Und was ist das? Ach, die Traurige. Jo, mein Fleisch ist ungenießbar. Ich hab fast kein Gehirn. Waaah! Baaah! Sehst du? Er hasst uns. Er fürchtet uns. Und deswegen hasst er uns. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Ja, du, äh, wer seid ihr? Wer, wer seid ihr? Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Ah, ja. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten? Denn irgendwie mag uns niemand. Wo, wo ist Wilbur? Da, da war eine Falle und, und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte. Ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Er hat dir vermutlich den Hals gerettet. Der Org-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Wilbur in einem Org-Lager? Oh Mann. Ob das alles meine Schuld ist? Ja, wen denn sonst? Wie meinst du das? Naja. Wessen, wessen denn sonst ist Deutsch? Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns geladen. Also schön. Mein Name ist Nate. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser, dieser kleine Gnom an und... Die lange Geschichte wird jetzt erzählt. Aha. Und Bäm. Alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und... Ihr wart da. Du? Du hast sie hintergangen. Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten. Naja, so kann man das nicht sagen. Klar! Du solltest diesen Balken tragen. Ich habe unter Piraten gelebt. Hals abschneidern. Aber noch nie... Die... Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freunde verkauft hast, weil du hofftest, dadurch selbst Heil aus der Sache herauszukommen? Nein. Überhaupt nicht. Du musst Wilbur da rausholen. Und du musst die Elfe befreien. Sieht so aus. Und ich muss das Artefakt in Sicherheit bringen. Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. Mein Name ist Gulliver. Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden. Komm, Körper! Und wer sind die anderen? Der eine Geist mit den Balken und dem Schwert ist weg. Und das ist eine Wasserleicht. Was haben wir denn hier? Sarkophag. Tränen, Pfütze. Urnen. Wir gehen erst mit den wichtigen. Fangen wir erst mal an. Urnen. Die Urne. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau. Und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Kannst du die trotzdem mitnehmen? Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Ja. Einige staubbedeckte Urnen. Hier ein Doppel... Alles klar, dann brauchen wir die später noch. Da finden wir bestimmt irgendwas super Tolles, Interessantes drin, was wir brauchen. Und dann gucken wir uns den Sarkophag an. Mit der Heun und Tussi hier sprechen wir später. Ein steinerner Sarkophag mit dem Abbild eines Ritters. Vielleicht der Ex-Geliebte der Ex-Lebenden, die davor herumholt. Das kann sein. Ein steinerner Sarkophag mit der... Gut. Äh, da ist auch noch der Sarkophag. Und hier war doch gerade... War ja nicht gerade irgendwas noch? Ach, nur nach oben gehen. Betritt den ver... Den vorderen Teil da drauf... Ne, komm, wir quatschen jetzt erstmal hier die Wasserleiche an. Was ist denn mit dir? Was ist denn ein wunderschöner Tag heute? Ich höre jetzt heute noch lauter. Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual... Diese Schmerzen... So, Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein, es ist noch tausendmal schlimmer. Ja, und was? Was? Hast du einen Badeunfall? Wo drückt denn der Schuh? Äh, hast du einen Badeunfall? Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich... Umbringen! Hat fast geklappt. Und jetzt? Na, na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Ich lasse mich nicht veralbern. Doch, ein bisschen, komm. Ihr Männer seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Wer ist er? Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne... Ja, ja, und dann? Er ist... fort. Und deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich. Als reiche Tochter eines Mitrilhändlers und... Er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Er... Wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha. Der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt! Klar! Er muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht... Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ein paar Jahrhunderte. Ich weiß. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde. Ich muss weiter. Äh! Äh! Gut! Dann gehen wir mal in den vorderen Teil hier. Es ist ja nicht mehr zu ertragen, dass sie heulen. Wir Männer sind so unsensibel und... Was ist das denn? Spricht bitte an für der Untoten. Äh... Ich schau mir erstmal hier alles an. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Aber wir können noch... Ne, können wir nicht. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Ah, ja. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Das heißt, wir können später noch irgendwas damit machen. So, betrachte das Grab. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Na? Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Ach, kommt ein bisschen. Ein Grab? Davon gibt es hier... Ja, okay. Was haben wir denn hier noch? Hier so eine tote Hand, Knochen... Ist das hier... Gehstock... Ein Töpfchen! Betrachte das Töpfchen. Das kann doch nur hilfreich sein, oder? Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Eine kleine Holzspan steht im Topf. Dann nimm mal den Holzspan. Na, guck mal einer an. Wir haben jetzt irgendwas zum Kleben. Äh, betrachte das mechanische Monster. Anscheinend ist Zombie-Körper und Totenschädel der Meinung, hier gäbe es noch nicht genug Horrorgestalten. Hm. War's das schon? Anscheinend ist Zombie-Körper... Ja, das war's schon. Wir haben hier... Ah, betrachte den Faden. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenfindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Ja, dann nimm mit. Kannst du immer gut gebrauchen. Klau dich da mal durch unter den Augen der anderen. So, den haben wir. Das haben wir. Und ja, und hier hinten tropft das einfach weiter. Da unten ist nix. Da ist nur das Grab. Hier oben sind die Fledermäuschen. Hier drüben ist anscheinend auch nix mehr. Gut, liebe Leute. Und mit den beiden quatschen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich mal wieder, danke fürs Zusehen. Äh, haut rein. Bis denne.